Heute im Test die EBITM Qualitäts-Kautschukfolie, die neben ihrer Umweltfreundlichkeit eine hohe UV- und Ozonbeständigkeit besitzt und auf die wir 20 Jahre Garantie gewährleisten. Heute wollen wir ihre hohe Flexibilität bei Minusgraden und hohe Dehn- und Reißflüssigkeit unter Beweis stellen. Dazu wird zunächst die Kautschukfolie von einer Mitarbeiterin ausgebreitet. Während in der Zwischenzeit die Versuchsleiterin eine Schale mit Wasser befüllt, diese als erstes in das Gefrierfach kippt und danach ein Stück der zu testenden Folie abschneidet. Dieses wird ebenfalls in das Gefrierfach zum Wasser gegeben. Einen Tag später wird das Tiefkühlfach erneut geöffnet und das Ergebnis betrachtet. Das Wasser im Behälter ist zu Eis gefroren. Und die Folie? Sie behält ihre hohe Flexibilität. Während draußen schon mal der Radlader für das nächste Experiment vorfährt, bereitet unsere Mitarbeiterin drinnen schon einmal die Folie zum Transport nach draußen vor, wo gleich die hohe Dehn- und Reißfestigkeit der Qualitäts-EBITM-Kautschukfolie demonstriert werden soll. Nach dem Ausbreiten legt der Chef persönlich Hand an. Er wickelt zunächst die Folie zur Fixierung um einen Baumstamm, welchen er dann an der Schaufel sicher mit Spanngürtten befestigt. Auf der anderen Seite geschieht dasselbe Prozedere. Wenn alles gut verankert ist, betritt unsere Mitarbeiterin erneut die Bühne, um gleich für ausreichend Spannung zu sorgen. Doch zunächst wird noch einmal die Folie vor dem Dehnen gemessen, um Vergleichswede zu erhalten. Und jetzt geht's los. Und jetzt geht's los. Dass die Folienlänge sich mehr als verdoppelt hat. Respekt. Der Link zu dieser Folie finden Sie in der Beschreibung.